Ich brauche ein Portal. Ich muss beide Portale benutzen, aber der Strahl muss drauf bleiben. Das ist wie vorhin mit dem Aufzug, mit diesem Fahrstuhl, der zur Seite ging. Laser. Ah, ich mache das einfach von oben. So, blau, das heißt ich muss vielleicht gelb an der Decke machen. Hui. Sieh nur wie majestätisch du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Nein. Helikopter. Draußen ist glaube ich ein Helikopter vorbeigeflogen. So, dann machen wir wieder dieses komische. Ah, okay, da ist der Fahrstuhl. 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 Ich hoffe mal, die 20 Minuten Parts werden nicht zu groß. Egal. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Ich spiele mit dem Cube rum. Das ist wieder eine Sprungplattform. Ich werde dich fliege gegen den Laser. Okay, doch nicht. Darauf kann ich nichts machen. Aber ich muss... Hä? Ah, okay. Ich muss das Ding hier aktivieren, damit ich da langen kann. Jetzt muss ich erstmal zum Cube. Ich will da langen. Dann mache ich es halt so. Na, warte. Von hier geht das. So, das übliche Prinzip. Gewehr. So. Ah, cool. Hier ist eine Schlucht. Hier ist eine Schlucht. Äh. Thank you. Flieg! Verdammt. Verdammt. Verdammt! Komm herrrr! Dann springen wir halt zusammen da hoch! BTF! So! Okay, dieser Testkammer scheint ein bisschen übertriebener zu sein. Komm, wir springen einfach mal nochmal. Ui! Ui! Aha! Interessant! Ah, da drüben ist der Ausgang. Schon mal gut zu wissen. Jetzt habe ich hier oben so ein Ding. Ich muss aber runter wegen dem Dings. Oder? Kann ich den nicht mitnehmen? Ich kann den... Warte, der Laser muss... Hier rein. Warte, ich springe einfach... Warte, ich geh mal hier runter. So! Genau, dann bin ich hier, dann bin ich hier. Ah, okay. Verstehe. Oh, man kann da sogar lang. So, hier geht's runter. Dafür sitzt da oben auf. Ich nehme einfach mal nochmal den Cube mit. Ui! 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 Sehr lustig. War das wieder eine Einschwung darauf, dass ich ein bisschen dicker bin? Nein. Appage und Laptop Therians... Oh! Was kommt jetzt? Art Light Brightness. Oh! Diese Brücken. Oder? Ja, diese Brücken, cool. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Okay. Oh, das ist ja cool. Ich finde diese Brücken eine richtig geile Idee. Nee. Okay. 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 Und da drüben ist der Cube drauf. Äh, da drüben. Ja, so. Ähm. Nur noch zur anderen Seite. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Hehehe. Dankeschön. Ich nutze nur als Kompliment. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du sterbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Ach man, du bist immer so freundlich. Okay, dann machen wir hier einen Cut und ich höre jetzt erstmal auf. Es sind jetzt irgendwie drei, vier Folgen oder so. Dann werde ich die erste heute hochladen. Und ja, dann wäre es das erstmal für heute. Und ich bedanke mich und sage Tschüss. Und ich bedanke mich. Vielen Dank.